Patrick, die erstklassige 2. Bundesliga, live. Hannover's Trainer ist verschlupft. Am Ende müssen wir in Franzi um uns eine eigene Nacht kommen. Nach dem Verlust der Tabellenführung und dem Debakel in Schürz. Und ein Stück von der Schadenleistung von uns sprechen. Finden die 96er zurück in die Spur beim spannendsten Aufstiegsrennen aller Zeiten. Also das ist ein enges Zitteln hören wird bis zum letzten Spieltag. Patrick, die erstklassige 2. Bundesliga. Hannover gegen Bochum. Montag 19.45 Uhr. Live auf Sport1.